Oh, es geht ab. Oh, da, die machen eine Farming-Tour. Ja. Oh, süß. Wir haben einen Sommer... Äh, jetzt haben wir's. Oh, der hat schon Angst. Schau, wie der Truck-Box abgebremst hat. Okay, ich mach noch mehr Angst. Was machen die dann? Äh, gleich werden die ADM... Äh, die echt denken, dass wir irgendwas machen. Ich lande da mal. Ich tu mir das so, was wir... Na, jetzt! Nicht landen, aber ich tu das so. Jetzt liegen hier ein Paule auf. So schlank. Ah, mal schauen, ob der... Der Scheiß drauf schaut. Oh, der eine? Ja. Ja. Wir haben Geld auf der Hand. Der hat Angst, ne? Hä? Der hat Angst gehabt. Äh, äh, äh. Schnell in die Safe-Zone, jah, jah, jah. Aber der Tempest, ne? Der fährt einfach weiter. Ihn juckt's nicht. Oh, jetzt ist der Truck-Box sogar stehen geflogen. Ja. Wir wollen euch doch nichts. Okay. 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 Da hat er schon mal. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, der fliegt weg. Jetzt geht. Da ist einer. Aber der Anzeige macht den an. Ne, ne, ne. Der kommt ohne Waffe. Der kommt zu dir rein. Der kommt zu dir rein. Und der ist ein D-Ger. Hä? Wie ist es hier? Oh. Hallo, hier ist der nicht. Ist der überfallen, wenn du dir nur rupst tot. Was? Hände hoch, überfall. Puh, ich hätte dich schon längst abknallen können, aber ich hab eh nix. Also, mach ruhig. Jo, sag's jetzt deinem Mate mal bitte, dass der umdrehen soll. Das war das VVI noch! Ich schieße ihn gleich runter. Flieg weg. Ja bin ich schon längst. Mein Maid soll nicht sagen, dass er wieder herkommen soll, oder? Hast du gemeint? Das ist der. Ja. Richtig. Ich bin allein hier. Hier ist kein Maid mehr. Brauchst dich auch nicht umschauen. Ich bin ganz alleine hier. Ich weiß wo der Maid ist. Ich hab dein Humming... Der Humming ist dein Maid. Ist gerade weggeflogen. Ja genau, alles so. Dann brauchst du den nicht umschauen die ganze Zeit. Ja, aber der soll mir sagen, wo... Der soll zurückkommen. Als ob der zurückkommt, ne? Ist das nicht dein Ernst, oder? Ja... Ach, schon recht, aber. Was muss da jetzt passieren? Ah, guten Glück hast du noch nicht verkauft. Was soll denn passieren? Ja, dein Maid sollte am besten zurück... Ich hab das gerade eben schon erklärt. Wozu sollte er denn zurückkommen? Aus welchem Grund? Tja. Ja. Dass wir hier ordentlich verhandeln können. Verhandeln? Nö. Bin nicht verhandlungsbereit. Ja klar. Achso, also du willst jetzt nicht verkaufen und mir dann 50% geben. Ich soll verkaufen und dir 50% geben. Vielleicht hab ich ja auch gar nichts. Bitte. Also sagst du, du hast nichts. Ja, die Dinger können ja auch ab und zu kaputt gehen beim extrahieren oder wie auch immer. Und mein Maid hatte nur das böse Ding. Ja gut, dann machen wir es anders. Ich mach jetzt hier die Tür zu. Ja, kannst du machen. Schieß hier ein Loch rein. Ja. Und sagst du dir, du legst jetzt die Waffe auf den Boden, Kollege. Ja, das darfst du natürlich. Ja, das werde ich auch tun. Solltest du dich irgendwo hinbewegen, hast mir Kugeln im Kopf. Nein, nein, ich lieg dir schon auf dem Boden, keine Sorge. Also jetzt? Jetzt, ja? Ja, natürlich jetzt. Also darf ich jetzt die Hände runter tun? Okay, und die Waffe auf den Boden legen. Alles klar. Warum? Warum Waffe? Solltest du aber damit irgendwas Böses anstellen wollen, dann... Gibt's eben echt die Waffe? Ja, das darf er ja. Äh ne, wenn der das von der zieht... Zwei Schritte nach hinten? Ja, das ist jetzt wieder dumm. Red mal ein bisschen lauter, ich hör dich nicht und du hältst die Fresse. Nein, das ist dumm. Zwei Schritte nach hinten. Ansonsten so. Und jetzt wieder hinten hoch. Schöne Waffe, oder? Ja, perfekt. Wünsch dir viel Spaß damit. Oh, du hast sogar noch... Die will ich auch haben. Was denn? Also, du nimmst jetzt wieder die... Deine Pistole. Du nimmst die Hände runter und legst die Pistole auf. Was? Ich hab keine Pistole. Schau doch mal rein. Der Griff ist ja leer. Ich bin nicht... Oh. Ja doch, ich bin blind. Tut mir leid. Also, du hast echt nichts. Also, ich hab keine Waffe mehr. Du hast echt kein Relikt. Ich hab auch keine Pistole. Nein, ich mein... Relikt... Hast du noch ein Relikt? Ich hab kein Relikt für dich, nein. Das ist schade. Na gut, wie kommst du jetzt hier weg? Ich lauf. Oder schwimm. In welche Richtung möchtest du denn laufen? Muss ich mir noch gucken. Wenn ich die Hände unten habe, schau ich mir die Karte an. Na gut, dann nimm mal die Hände runter und schau auf der Karte. Solltest du irgendwelche Faxen machen? War's nicht gut. Hier steht immer noch da. Oh, da sind Leute. Oh. Was? Cops sind das, oder? Ich weiß nicht. Ja, ja. Das sind Cops. Waren doch weg hinten. Ja gut, dann passt das. Mach mal RP. Ja. Dann passt das, das Helix haben. Okay. Ich glaub, das war ne gute Idee, dort weg zu fliegen. Ja, ja klar. Denkst du, die haben gekannt? Ja. Ich guck glaub ich mal, ob das der Heli von da hinten war. Mal schauen, wer abgefuckt wird. Und dann sind wir da weg zu. Tun wir so, als würden wir was haben, ne? Und ganz dumm sch- Wacken! 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 Oh, in den Rucksack schauen. Ich glaub, der hat nur geguckt, ob wir da sind. Hat der uns ja gesehen, oder? Nee. Glaub nicht. Oh, ich geh mal in die Hütte rein. Komm. Komm mit. Halt auf. Machst du zu? Hört man die jetzt? Oh, jetzt hört man die nicht so. Ah, jetzt hier. Hier in der Ecke. Wenn er losfliegt, gehen wir zum Schild. Oh mein Gott. Ich hör die leider nicht reden. Ja, geh ich da in die Ecke. Hier, neben mich. Hörst du die dann gut? Ja, ja, ein bisschen. Ja, ich hör die schon. Hörts schießen. Pssst. Jetzt müsste ich schreien ein, da wohnen wir. Bitte nix sagen, ich hab voll laut. Wenn du was redest im Team Speak, dann explodier meine Ohren. Ich brauche meinen Kollegen, weil das ist sein Hübschraube und ich komm mir nicht anders weg. Ja, der wird doch gleich wieder frei gemacht. Dann müssen wir nur kooperieren. Ach so. Jetzt wäre doch was Edelang Schlimmes. Dann nehme ich das weg und sie können abhauen. Echt? Echt? Dann können sie... Dann nehme ich sie weg und sie können abhauen. Ja. Als ob der dann keine Strafe kriegt. Nein, das ist gleich in meiner Wohnung. Sollen wir? Komm. Nein. Dann kann ich ja mal... Oh, hier ist noch einer. Mach hier mal Maus. Ey, das ist mein Haus. Das ist mein Haus hier. Nein, das ist mein Haus. Das gehört ihr nicht. Verpiss dich. Ja, jetzt haben wir ja mal ein Haus Friedenshof oder wie siehts aus? Ja, schickens den raus. Führens den ab. Das ist mein Haus. So. Alle einmal hier raus. Alle. Also ich... Herr... Herr Wachtmeister, also... Ich sag mal... Schiefgelaufen. So, der Herr hier auch. Brauchst du nicht am Boden krabbeln raus mit dir. Zielfern... Okay. Dachte ich, er vergessen mich. Und jetzt... Und jetzt alle... Alle da hinten an die Wand. Alle. Alle. Das war grad geil. Zack zack. Oh mein Gott. Ja. Ich bin dick. Und alt. Ja, obwohl, machen sie ruhig langsam. Ich werd noch Stunden bezahlt. Und ihre Kollegen müssen sich auch hinstellen, wenn ich sagen, alle da hinstellen. Ich hab keine Kollegen. Ich hab keine Kollegen. An die Wand jetzt. Der, der wo grad weggeflogen ist. Die Hände könnt ihr runternehmen. Ich hab keinen Kollegen. Ich hab keinen Kollegen. Nein. Hände hoch? Okay. Mach ich. Der ist kein anderer gelangt. Der ist kein anderer gelangt. Geht nicht. So. Die Hände runter. Ich bin hier nicht beim... Keine Ahnung. Achso. Runde. Das ist ein Kopf. Oh, das ist ein Kopf. Ja. Und hier schnell farmen und dann weggehen. Etwas coolere Kleidung. Halt nicht dieses normalen Schwarze. Sondern ähm... Ja, etwas moderner, sag ich mal. Ja. Der schaut uns hinterher. Hm. Nein, kannst vergessen. Kann man nicht machen. Fang bloß nicht an. Sonst wirst du hochkommen. Hahaha. Dann bin ich gefickt. Vielleicht muss ich mich auch ein bisschen etan. Halte, wir gehen einfach mal rein und rennen wieder raus. Kannste nix machen. Oh, da unten ist... Bist du runter? Hast du dich da schon mal drunter gefragt? Hier kann man sich verstecken. Oh, hier. Jetzt warten wir und dann gehen wir wieder. Mal gucken, ob er uns hochnimmt. Jaja, der schaut... Um da? Ne, der schaut jemand an. Fuck! Ich wollte noch gucken nach rechts. Hey, wie kann ich jetzt abbrechen? Gar nicht. Aber er kommt nicht. Alles gut. Aber ich werde es nicht wegschmeißen können, weil er in der Nähe ist. Oh, oh, oh. Da guckt einer. Doch, der Kopf. Der Kopf. Ich glaub... Er klettert da grad hoch. Ne, der hat keine Terrasse an ihm. Ich will es wegschmeißen. Er kommt drauf an. Was für ne... Geh du immer vor und leg ihn ab. Wie denn ab? Einfach vorlaufen. Die sind auf dem Berg da, ne? Warte mal. Die machen gar nix. Oh, ich krieg's nicht weg. Tschüss. Was machst du? Ich schwimm erstmal weg. Der Kopf kommt, glaub ich, zu dir. Der hat dich gesehen. Ich schwimm weg. Wenn ich's nicht wegkrieg, muss ich von ihm mich entfernen, dass ich's wegkrieg und dann komm ich wieder. Und jetzt kann ich da landen. Oh, fuck. Oh, nein. Ich stelle mal einen Schatz. Oh, nein. Ey, wenn der in meinem Rucksack... Ah, ne. Das kann ich doch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt wachst du, oder was? Na ja. Zu wo bist du runter gefahren? ja ich habe hier 11 fps und dann komme ich nicht richtig hoch da bleibe ich mir hängen und dann bin ich oben fupf kannst schon mal ein helikopter statten um es mich ankommen habe ich doch schon längst ok die höhe schon mal gehen wie ein autohafer hm in die höhe gehen 1 meter warum also mich anfliegen muss hab ich nicht ey wie anfliegen mach einfach was ich vor ja wie hochgehen 1 meter lauf halt einfach zu mir ja mach ich doch und warum bist du jetzt nicht in der luft? ja weil ich es nicht gecheckt hab was du willst geh halt einfach rein was doch alles safe ach du bist verletzt geh doch oben rein geht nicht du musst mich anfahren ach so ja sag es doch anfahren ich habe es noch nicht gecheckt ja oh mein gott ja und dann passiert das weil ich das nicht kann ich kann das nicht ja das geht nicht ich kann das aber halt nicht deswegen war ich ja auch dagegen mit irgendwie hoch gehen und einen meter und dann irgendwas machen ja 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 ich kann jetzt respawn Almost too short.